Basaxe hier rüstet auf, Erdogan-Club holt Brasiliens All-Star Robinho Einst spielte er im großen Santiago Bernabeu für Real Madrid, künftig spielt er vor durchschnittlich 3000 Zuschauern in Istanbul. Brasiliens All-Star Robinho wechselt zum Erdogan-Club Basaxe hier. Er kommt vom Liga-Konkurrenten Sivas Spor, wo der 99-malige Nationalspieler in dieser Saison 8 Tore in 16 Spielen schoss. Basaxe hier, auf dem besten Weg zur ersten türkischen Meisterschaft, hat zwar kaum Zuschauer, dafür aber jede Menge alternde Fußballstars. Robinho trifft unter anderem auf seinen früheren Teamkollegen Emanuel Adebayor, mit dem er einst bei Manchester City spielte. Ebenfalls im Kader, Adaturan, Gökhan Inler und der Ex-Vael Jaro Elia. Per Mail versenden Gut, das Basaxe hier in der Europa League ausgeschieden ist. Denn Robinho wurde in Italien, November 2017 in Abwesenheit zu neun Jahren Gefängnis wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung verurteilt. Der Brasilianer leugnet bis heute alle Vorwürfe. 10minals 5minani 20min